Ja, jetzt gibt es mal wieder einen Donnerstags Vollspannkracher aus der Sonderkategorie Bauermachtau. Bedanken möchte ich mich beim Toni Riedweg aus der Schweiz, ja, und dann möchte ich auch alle meine Freunde und Fans in der Schweiz grüßen. Grüezi auf, freust ihr nicht mehr. Ein Wanderer kommt an einem wunderschönen Bauernhof vorbei und vor dem Bauernhof sitzt natürlich der Bauer und dann geht der Wanderer hin und sagt, ja, sieh, also, ich muss Ihnen ja ein ganz großes Lob aussprechen, so ein wunderschöner Bauernhof, so gepflegt, sowas habe ich noch nie gesehen. Also, auch die Tiere gucken alle so glücklich, außer ihr Knecht, der wälzt sich dahin, im Mishthaufen wälzt er sich. Da sagt der Bauer, was, tatsächlich, der steht aufläuft mit dem Wanderer danach, da sagt er, sieh, das ist nicht mein Knecht, das ist auch ein Wanderer. Da sagt der andere, ja, und was ist mit dem? Da sagt er, der hat gesagt, so wie sie, ein wunderschöner Bauernhof. Und dann hat er mich noch gefragt, ob ich mir ein Ei abdrehten kann, dann muss ich wahrscheinlich mit meinem Holzpantoffel das zweite Haut drauf haben. Können Sie mal ein Ei abdrehten? Ja. Ja. Ja.